Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ob Sie sich zu Hause wohlfühlen oder nicht, hängen weitgehend vom richtigen Raumklima ab. Gerade jetzt während der Heizperiode ist es wichtig, dass Sie der Luft genug Feuchtigkeit zuführen, zum Beispiel mit dem richtigen Luftbefeuchter. Sonst kommt es dann gleich mal zu ausgetrockneten Schleimhäuten und zu verkältigen. GOP offeriert Ihnen Satrap Luftbefeuchter in zwei verschiedenen Systemen. Beim Satrap Humisana wird das Wasser aufgeheizt und in Form von Dampf an die Luft abgegeben. Das Modell ist übrigens sehr preisgünstig. Nach dem Verdunstenprinzip arbeitet der Satrap Humidor. Bei diesem System wird der Luft nur so viel Feuchtigkeit zugeführt, wie sie braucht und sie wird zusätzlich gereinigt mit dieser Filtermatte. Das Gerät braucht sehr wenig Strom und ist praktisch gräuschlos. Ebenfalls im Beitrag ein gesundes Wohnklima, und das erst noch ohne Steckdose, leisten Ihnen die schönen Zimmer- und Topfpflanzen, die Sie jetzt in der GOP Blumenabteilung bekommen. Die Ansprüche, die diese Pflanzen stellen, sind nicht gross. Sie haben gern viel Licht, aber keine direkte Sonne. Beim Gissen allerdings, ja, da kann es Problem geben, weil ja nicht alle Pflanzen gleich viel Wasser brauchen. Darum gibt es jetzt bei GOP das Güsssignal von GESAL. Mit dem Güsssignal, da sehen Sie auf einen Blick, ob Ihre Pflanze noch Wasser braucht. Bei GEL muss man noch gießen. Ist es grün, hat es genug Wasser. Sie sehen, so einfach ist es mit dem Pflanzengüssen und mit dem Rundklima. Hier noch ein paar weitere aktuelle Mitteilungen. Blätterteig und Kuchenteig gibt es jetzt von GOP auch ausgeweilt, und zwar zu einem sehr vorteilhaften Preis. Den Teig können Sie einfach nach Bedarf abrollen, mit dem Backtrennpapier das Blech auslegen, so bleibt alles sauber. Und dann ganz normal mit Früchten oder einer Füllung belegen und backen. Wenn Sie eine glatte Geschenkidee suchen und nicht im letzten Moment möchten mit den Weihnachtseinkäufen anfangen, dann schauen Sie doch in aller Ruhe zu Hause den Geschenkkatalog an, der Ihnen Ihr GOP Warenhaus die Tage zuschickt. Sie finden darin unzählige Geschenkvorschläge von der kompletten Ski-Ausrüstung für die ganze Familie, über die neueste Unterhaltungselektronik bis zu diesen Traumspielsachen. Für ganz schwierige Fälle, nämlich für Leute, die alles schon haben, ist das hier gedacht. Der Popularis Städte Weekend Geschenkkoffer. Vollständig ausgestattet mit Reiseunterlagen nach Paris, Rom oder London. Ich bin sicher, mit dem Popularis Geschenkkoffer gelingt Ihnen die Überraschung. Überraschen lassen wir uns auch vom GOP Rezept dieser Woche. Würzige Sellerie-Gnollen kann man auf die verschiedensten Arten zubereiten, sogar als Bigata. Sellerie rüsten, schellen, in etwa cm dicke Scheiben schneiden und dann im Salzwasser knapp weich kochen. Dann aus dem Wasser nehmen gut abtropfen, in Mehl und dann in einer Mischung aus Ei, Parmesan und Gewürz wenden. Ins heisse Öl geben und beidseitig gut goldbraun Brötchen. Zu dieser Bigata können Sie am besten ein Risotto mit Steinpilz servieren. Beide Rezepte finden Sie in der Koop-Zeitung. Und übrigens morgen, der ganze Tag, im Teletext, seit der 270. Einen guten. Für heute sind wir am Schluss. Danke schön, dass Sie für uns Zeit hatten. Für morgen gibt es bei GOP wieder neue Aktionsangebote. Anschliessend zeigen wir Ihnen gerade einen Teil davon. Zum Anfangen, die aktuelle Preisschlager. So eine stabile Hobelbank finden Sie in allen Goop-Deut-Yourself und Baucenter für nur 199 Franken. Und alle Goop-Blumenabteilungen offerieren Ihnen so einen schönen Weihnachtsstern für nur 4,50. Und gratis dazu ein Gesal-Giesssignal, um auszuprobieren. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP alle Goop-Fruchtsäfte im 1 Liter Pure Pack 30 Kappen günstiger. Zum Beispiel 1 Liter Orangensaft statt 1,20 Kappen nur 90 Kappen. Delikatesfleischkäse 100 Gramm für nur 95 Kappen. Goldstadt-Boulette tiefkühlt per Kilo statt 5,90 Kappen nur 4,70 Kappen. Und noch morgen über Monat am Samstag bindt Ihr Herr Töpfel die Tragtasche noch 2,5 Kilo für nur 2,50 Kappen. Auf Wiedersehen!